Ein Finger ist beim Saxophon doch etwas benachteiligt, nämlich der kleine Finger. Und heute schauen wir mal den rechten kleinen Finger an, was der denn so zu leisten hat und was für ihn die Herausforderungen sind. Du kennst es, diese Tonverbindung vom D1 zum C1. Wenn du deine Hand zu hoch hast, dann ist dein kleiner Finger viel zu weit weg, um diese Klappe da unten zu bewegen. Und deswegen, das Erste, worum du dich kümmern musst, ist, dass dein Handgelenk tiefer kommt und der kleine Finger rund auf der Klappe stehen kann, sozusagen. Also für mich ist die Grundregel, dass die Fingergrundgelenke parallel zum Saxophon sind. Und dass das Handgelenk mit der Hand eine Ebene ist, dass da kein Knick im Handgelenk ist. Weil sonst, schau mal den kleinen Finger an, sonst wird der gerade. Und dann kommst du da schlecht hin. Und du hast schon gesehen, ich bewege den Finger im Grundgelenk. Und der Finger bleibt rund, wie so ein Hämmerchen. So wie die anderen Finger eben auch. Die Grundbewegung für die Finger gilt für alle Finger. Beim kleinen Finger muss man das ein bisschen trainieren. Also gib da nicht auf. Ich glaube, die meisten fangen gerne mal so an, weil man es einfach nicht so gewohnt ist, im Alltag den kleinen Finger zu bewegen. Und das ist wie, wenn ich jetzt Spagat üben würde. Also ich komme da nicht irgendwie annähernd mit dem Bein breiter. Aber wenn es darum geht, in zwei Jahren bin ich da vielleicht etwas flexibler. Also bleib dran und schau, dass du das Handgelenk immer wieder tief machst, damit der kleine Finger nah an der Klappe ist. Und dann muss er sich im Grundgelenk bewegen. Also diese Übung hier zum Einspielen für den kleinen Finger ist Gold wert in der tiefen Lage. Schau auch, dass er sich sauber bewegt und deswegen die Bewegung eher langsam ausführen. Eine Bewegung gibt es noch, die für mich total unlogisch erscheint erst mal. Nämlich, wenn du vom D zum S sollst. Also wenn es die obere Klappe ist. Da ist der kleine Finger etwas mehr angelegt an den Ringfinger. Das fühlt sich auch wirklich anders an. Also das muss man extra üben. Diese Spreizung zur C-Klappe, da hat man manchmal den Eindruck, man hat gar keine Kraft in dem kleinen Finger. Und wie drückt man den runter? Deswegen diese Bewegung von oben auf die Klappe drauf. Dann geht es leichter. Und wenn der kleine Finger angelegt ist, ja, es fühlt sich anders an. Aber da gibt es auch noch etwas Unlogisches. Denn wenn ich auf diese C-Klappe drücke. Logisch, der Ton geht beim C nach unten und beim S oder Diss nach oben. Aber genau das ist unlogisch. Und ich denke, also ich habe lange darüber nachgedacht, warum an dieser Stelle immer wieder Fehler passieren mit dem Diss und S. Hör dir das mal in B-Dur an, wenn wir da von oben kommen. Und gerade wenn dann beim tiefen C drehe ich wieder um, übers D, dann kommt das S. Und da schauen wir mal, was da passiert. Genau das ist das Unlogische. Du kommst vom tiefen C, öffnest Finger und jetzt geht der Ton noch höher. Und eigentlich bist du gewohnt, den nächsten Finger zu öffnen. Aber jetzt musst du den kleinen Finger, den untenliegenden Finger, wieder drücken. Also ein tieferer Finger erzeugt einen höheren Ton. Und das ist die Falle. Da passe ich immer extra auf. Und das empfehle ich dir auch. Und wenn du das machst, wird es besser. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.